Es ist die Sensation des Jahres. Über zehn Jahre nach ihrem großen Abschied sind sie nun wieder da. Ja, endlich, das große musikalische Gesamtwerk der Kelly Family. Herzlich Willkommen zu einer einzigartigen Musikpräsentation. Wir sind heute zu Gast im Technikmuseum Speyer. Und ich sitze hier in einem wunderschönen alten Doppeldeckerbus. Wem mag wohl dieses Londoner Schmuckstück gehören? Ganz klar, den Kellys. Denn exklusiv zum 35. Jubiläum gibt es die größten Hits der Kelly Family auf einer Kollektion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik bestimmte das Leben von Daniel Jerome Kelly und seiner Frau Barbara. Und das Leben ihrer Kinder. Was als Familienmusik und Hobby begann, wurde Mitte der 70er Jahre mit ersten Fernsehauftritten belohnt. Ich stand vor einem schönen Haus, da kam ein kleiner, junger Rauch. Der saß, der komm doch rein und fiel mit mir. Mitte der 70er Jahre waren die Kelly Kids schon richtige kleine Stars, als ihr Tourbus in Rom ausgeraubt wurde. Damals machte Vater Kelly aus der Not eine Tugend und die Kellys gaben eines ihrer ersten Straßenkonzerte. Eine Legende wurde geboren. Es ging durch Europa bis nach Deutschland, wo sie ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben. Und mit ihren Auftritten in über 40 TV-Shows einem großen Publikum bekannt wurden. Das Leben der Kelly Family ging auf und ab. Und immer wieder waren es die Straßenkonzerte, die das Überleben der berühmtesten Familienband der Welt sicherten. Every baby needs a mama, needs a papa, no sad hand. Every baby needs a mama, needs a papa, to hold their hand. And I love you, I want you, I want to talk to you. Der Doppeldeckerbus war ihr Zuhause. Die Eltern Barbara und Dan mit ihren elf Kindern faszinierten bei unzähligen Konzerten ihr Publikum. Und 1981 schummelte sich auch Angelo hinzu, der jüngste der Kelly Family. Rufen Sie uns jetzt an. 080 3 mal die 503 für Deutschland. 0820 20 30 87 für Österreich. Und 0848 266 788 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 3871 450 450. Musik Es ist die Sensation des Jahres. Die Kelly Family ist zurück. Keiner war erfolgreicher als sie. Sie prägten uns wie keine andere Band in der Musikgeschichte. Jetzt endlich wurde in langjähriger Zusammenarbeit mit den Kellys diese Fan-Edition mit 4 CDs und 80 Hits zusammengestellt, inklusive umfangreichen Bonusheft, Fotos, News und jeder Menge Erinnerungen. Diese Zusammenstellung ist einzigartig und nur bei Shop24 direkt erhältlich. Sichern Sie sich jetzt diese Musikpremiere für nur 49,99 plus Versand, nur hier und nicht im Handel erhältlich. Rufen Sie uns jetzt an. 080 3 mal die 503. Diese einmalige Erfolgsgeschichte haben wir für Sie hier auf diesen 4 CDs zusammengestellt. Nirgendwo sonst bekommen Sie das Lebenswerk der Kelly Family, denn diese 80 Hits sind erlebtes Leben. Die CD-Kollektion ist wirklich einmalig auf dem deutschen Musikmarkt und nur hier bei Shop24 direkt erhältlich. 1982 starb Mutter Barbara nach einer schweren Krankheit. Die Kellys formulierten ihre Trauer in Musik. Wir sind heute zu Gast im Technikmuseum Speyer und bei uns ist stellvertretend für die gesamte Kelly Family. Jimmy, Patricia, Maite und Johnny, um dieser besonderen Kollektion ihre ganz besonderen Wünsche mit auf den Weg zu geben. Ihr habt ja alle viele Tourneen und viele Konzerte hinter euch gebracht. Aber was ist trotzdem das Besondere für euch an der Straßenmusik? Wenn du unbekannt bist und die Leute zu greifen, du musst beweisen. Und ich glaube, es ist die beste Schule, die man haben kann als Musiker. Weil da musst du kämpfen. Die Straße gewinnt dich oder du gewinnst die Straße. Und wenn du da gewinnst, dann gewinnst du auch im Stadion. Bis zum nächsten Mal. Musik Jetzt habt ihr ja aus über 20 Millionen verkauften Platten die besten Songs, die besten 80 Songs zusammengestellt auf vier CDs. Was ist das für ein Gefühl? Wahnsinn. Ich begreife es selbst nicht, wenn ich diese Bilder sehe. Ich gucke mir das an und denke, wow, was ist das? Bin ich Teil dieser Geschichte gewesen? Es ist ein Riesen... Es ist Wahnsinn. Ich würde es selber kaufen. Wenn ihr jetzt an die Zeit zurückdenkt, ist man da manchmal ein bisschen traurig oder vermisst man die Zeit? Ihr habt jetzt alle eigene Familien, eigene Projekte, ein eigenes Leben. Habt ihr manchmal ein weinendes Auge und sagt, ach, es wäre doch nochmal schön, die Zeit aufleben zu lassen? Also ich schon. Ich habe es immer geliebt, meine Geschwister auf der Bühne zu sein. Und es ist so ein, diese Gemeinschaftsgefühl, das hat man nicht, wenn man alleine auf der Bühne ist. Ich vermisse das schon. Wir sagen uns! Springen!" Springen! You've losing me! You've losing my love! Jetzt seid ihr ja durch ganz Europa getourt, durch Asien, durch Amerika. Ihr seid richtige Weltbürger. Gibt es denn eine besondere Heimat für euch? Wo ist die Kelly-Family zu Hause oder ist das für jeden anders? Früher stand da vorne auf dem Bus, mein Vater hatte da ein Ding geschrieben, das hieß The world is their castle. Die Welt ist deren Schloss. Ich glaube, unser Zuhause war Papa und Mama. Und als Mama dann uns verlassen hat, hat sie uns nicht gesagt, ich gehe nur in ein anderes Zimmer. Und sie hat gewusst, dass die Musik auch unsere, uns ein Stück Heimat war. Ja und euer Leben kann man sich jetzt auch auf einer DVD anschauen, auf dieser DVD, The Complete Story, The Kelly Family. Und die können Sie selbstverständlich auch bei uns telefonisch bestellen. Und bei euch möchte ich mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Schön, dass ihr da wart. Es ist die Sensation des Jahres. Die Kelly Family ist zurück. Keiner war erfolgreicher als sie. Sie prägten uns wie keine andere Band in der Musikgeschichte. Jetzt endlich wurde in langjähriger Zusammenarbeit mit den Kellys diese Fan-Edition mit vier CDs und 80 Hits zusammengestellt, inklusive umfangreichen Bonusheft, Fotos, News und jeder Menge Erinnerungen. Diese Zusammenstellung ist einzigartig und nur bei Shop24 direkt erhältlich. Sichern Sie sich jetzt diese Musikpremiere für nur 49,99 plus Versand, nur hier und nicht im Handel erhältlich. Rufen Sie uns jetzt an. 080 3 mal die 503. Sichern Sie sich jetzt diese einmalige Erfolgsgeschichte, die Sie in einer ausführlichen, bebilderten Biografie im Booklet dieser Kollektion mit allen Höhepunkten nachlesen können. Und vergessen Sie nicht, neben dieser einmaligen Vierer-CD-Kollektion möchten wir Ihnen auch diese besondere DVD empfehlen, wie Sie sich nur hier bei uns am Telefon sichern können. In diesen Musikvideos und exklusiven Bonusmaterial wird das große Lebenswerk der Kellys wieder lebendig. Tell me why, tell me why, tell me why, tell me why, we're in the story, and it's right, and it's right, in the story. I know he knows, and he knows I know, we're just a different, no, no. Roses and rain, fall in my hand, he smiles and turns away. Auch Ihre erfolgreiche deutsche Hit-Single Alle Kinder brauchen Freunde und Ihre wunderschöne Version des deutschen Volksliedes Sah ein Knab ein Röslein stehen, finden Sie hier aus unserer Zusammenstellung. Wir bedanken uns für heute beim Technikmuseum Speyer und bei unseren Gästen Johnny, Pitchfischer, Maite und Jimmy. Auf Wiedersehen und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Rufen Sie uns jetzt an. 080 3 mal die 503 für Deutschland. 0820 20 30 87 für Österreich. Und 0848 266 788 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0 0 49 3871 450 450. Mama, oh I miss you sometimes. Sometimes. Es ist die Sensation des Jahres. Die Kelly Family ist zurück. Keiner war erfolgreicher als sie. Sie prägten uns wie keine andere Band in der Musikgeschichte. Jetzt endlich wurde in langjähriger Zusammenarbeit mit den Kellys diese Fan-Edition mit 4 CDs und 80 Hits zusammengestellt, inklusive umfangreichen Bonusheft, Fotos, News und jeder Menge Erinnerungen. Diese Zusammenstellung ist einzigartig und nur bei Shop24 direkt erhältlich. Sichern Sie sich jetzt diese Musik-Premiere für nur 49,99 plus Versand, nur hier und nicht im Handel erhältlich. Rufen Sie uns jetzt an. 080 3 mal die 503.